Seien Sie sanftmütig Während ich heranwuchs, habe ich jede Menge Comics gelesen. Nach wie vor lese ich sie manchmal, genau genommen sogar ziemlich häufig. Comic-Superhelden zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich, sei es aufgrund eines Unfalls in Wissenschaft und Forschung oder aber weil sie gleich von Geburt an anders sind, gewisse Fertigkeiten aneignen und, ganz besonders wichtig, den Entschluss fassen, sie zum Guten zu nutzen. Das machte Comic-Superhelden für mich so liebenswert und inspirierend. Aber je älter ich werde, umso weniger habe ich den Eindruck, dass es sich bei solchen Helden um Fantasiegestalten handelt. Ich hatte die Gelegenheit, viele außergewöhnliche Menschen zu treffen, die herzzerreißende Abenteuer überstanden und der Welt großen Nutzen gebracht haben, allerdings nicht durch das Vorhandensein übermenschlicher Fähigkeiten begünstigt waren. Für mich sind sie die Superhelden aus dem wahren Leben. Davon beeinflusst habe ich beschlossen, selbst einen Superhelden zu ersinnen, Gentleness Man. Der Superheld der Sanftmut Gentleness Man wurde an dem Tag geboren, an dem er begriff, dass er nicht immer ein solches Ekel zu sich selbst sein brauchte. Diese Einsicht stand am Ausgangspunkt seiner Geschichte. In dem Moment ging ihm ein Licht auf und von da an hat er sein Leben damit verbracht, die gewohnheitsmäßig zutage tretende Neigung zu negativen und verletzendem Handeln zu steuern und unter Kontrolle zu bringen. Bei sich selbst, wie auch bei anderen, erkennt er Aggression und begegnet ihr, Überraschung, mit Sanftmut. Seine einzigartige Kraft besteht darin, dass er in allen nur erdenklichen Situationen mit Freundlichkeit aufwarten kann. Und jetzt kommt's. Sie könnten dieser Superheld sein. Sie können Gentleness Woman oder Gentleness Man sein. Falls Sie jemals gesagt haben, ich sollte wirklich freundlicher zu mir sein, dann hat es Sie bereits gegeben, Ihre Superhelden-Entstehungsgeschichte. Auf dem nun für Sie vorgezeichneten Weg kommt es darauf an, von der Gültigkeit Ihrer Einsicht noch fester überzeugt zu sein und das Ganze dann so lange durchzuziehen, bis Sie tatsächlich diese sanftmütige Superheldin oder der sanftmütige Superheld sind. Sie wissen, mitunter benehmen Sie sich wie ein Ekel sich selbst gegenüber und agieren nach außen hin so, dass Sie andere verletzen. Sie können beschließen, das nicht zu tun. Sie können Ihr Leben nutzen, um zur Verkörperung von Sanftmut zu werden. Mit Autoaggression umgehen Auf dem Weg zur Sanftmut befindet sich allerdings ein Hindernis. Ihr Erzfeind, die Autoaggression. Woche für Woche tritt die Autoaggression auf tausenderlei Art und Weise zutage. Aber indem Sie als Gentleness Man bzw. Gentleness Woman achtsam und selbstgewahr sind, können Sie dem, was die Autoaggression gegen Sie im Schilde führt, stets entgehen. Indem Sie sich der beiden Hilfsmittel Achtsamkeit und Gewahrsein bedienen, können Sie lernen, auf aggressives Denken nicht einzugehen und präsent zu bleiben. Hier ein Beispiel für eins jener üblen Ränkespiele, wie sie die Autoaggression ausheckt. Während Sie sich hinsetzen, um zu meditieren, werden Sie vielleicht frustriert sein, weil Sie nicht schlicht und einfach bei dem verweilen können, was in Ihrem Körper vor sich geht. Nur mit Mühe finden Sie zum Atem. Und wenn es Ihnen doch gelingt, lassen Sie sich gleich wieder ablenken und von einem dicken, fetten Gedanken auf eine lange Reise schicken. Und mit Gewahrsein haben Sie währenddessen nichts am Hut. Schließlich gestehen Sie sich ein, dass Sie ganz und gar nicht präsent sind und im Stillen sagen Sie sich wiederholt Denken. Nach und nach werden Sie in dem Bemühen, sich innerlich Gehör zu verschaffen, immer lauter. Sie sind nicht achtsam und darüber ärgern Sie sich. Am Ende schreien Sie sich innerlich regelrecht an, immer wieder Denken und wundern sich, warum Sie keinen inneren Frieden finden. Auf die Art trägt die Autoaggression den Tagessieg davon. Das muss aber nicht so sein. Tipp. Mit dem Abgelenktsein umgehen. In dem Moment, in dem Sie sich dabei ertappen, dass Sie nicht achtsam oder gewahr sind, brauchen Sie sich nicht selbst dafür runtermachen. Stattdessen können Sie sich einfach ganz sachte Denken sagen und mit der Aufmerksamkeit wieder zum Atem zurückkehren. Sie müssen sich nicht selbst verurteilen, bloß weil Sie den Atem aus dem Blick verloren haben. Sie brauchen auch nicht frustriert zu reagieren. Wenn Sie solche Reaktionen kommen sehen, dann rufen Sie sich einfach in Erinnerung, dass ein freundlicher und sanfter Umgang mit sich selbst die bessere Alternative ist und entspannen Sie sich in diesem Zustand. Sobald Sie in der Lage sind, zu Sanftmut zurückzukehren, werden Sie feststellen, dass Sie mit dieser Option die Aufmerksamkeit tausendmal besser wieder auf den Atem lenken können, als es durch Autoaggression jemals möglich sein könnte. Meditieren mit Gentleness Man Schauen wir uns an, auf welche Weise Gentleness Man bzw. Gentleness Woman dieses Ränkespiel durchkreuzen würde. Zunächst einmal würde unser Held oder unsere Heldin sich die Zeit nehmen, sich selbst gegenüber die gebührende Freundlichkeit an den Tag zu legen und sich erst danach hinsetzen, um zu praktizieren. Sie oder er weiß, dass der Geist den ganzen Tag freien Auslauf hatte, sich sprunghaft von einer Aktivität zu anderen bewegt, sich mit der Arbeit, der Familie, seiner Partnerbeziehung und allen möglichen anderen Dingen befasst hat. Daher ist der Geist ziemlich unbändig. Statt geradewegs mit dem Meditieren zu beginnen, lässt unser Held oder unsere Heldin es also betont sachte angehen und trinkt erst einmal eine Schale Tee oder Wasser, damit der Geist ganz gemächlich einen Übergang von den vielfältigen Aktivitäten zur schlichten Geschmackswahrnehmung des Getränks finden kann. Dann dehnt und streckt er oder sie sich ein wenig, um besser mit dem eigenen Körper in Kontakt zu kommen und liest schließlich auf dem Meditationskissen sitzend ein paar Abschnitte seines Lieblingsbuches über Achtsamkeitspraxis oder zu buddhistischer Übung, um so ein paar Unterweisungen zur anstehenden Praxis in sich aufzunehmen. Jede dieser Aktivitäten ist eine kleine Geste der Freundlichkeit sich selbst gegenüber und schafft die Grundlage für eine leichtgängige Meditationsphase. Aufgrund dieser schlichten kleinen Opfergaben, die unser Held oder unsere Heldin sich selbst dargebracht hat, ist er oder sie besser in der Lage, mit der Aufmerksamkeit einfach bei dem zu verweilen, was im Körper vor sich geht. Vielleicht bereitet es ein wenig Mühe, die Aufmerksamkeit auf dem Atem ruhen zu lassen, aber er oder sie ruft sich in Erinnerung, dass dies in der Natur der Sache liegt, zeigt sich geduldig und überprüft behutsam ein weiteres Mal, ob die Sitzposition noch stimmt und das Augenmerk nach wie vor auf den Atem gerichtet ist. Dann kommt ihm oder ihr etwas Wichtiges in den Sinn. Die E-Mail mit einigen dringenden Informationen für den Chef ist bisher noch unerledigt geblieben. Anstatt sich dafür fertig zu machen oder innerlich denken zu schreien, nimmt er oder sie sich einen Moment Zeit, sich dieses Versäumnis nachzusehen und entspannt sich danach wieder in das Einssein mit dem Atem. In diesen zehn Minuten lernt er oder sie sich wieder ein wenig besser kennen und bestärkt zugleich die Gewohnheit, mit sich selbst sanft umzugehen. Wenn Sie auf dem Meditationskissen sanft zu sich selbst sind, werden Sie feststellen, dass es Ihnen ziemlich schnell immer besser gelingt, mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu verweilen. Die Zeit, in der Sie meditieren, bereitet Ihnen mehr Freude, weil Sie wenigstens schon mal in dieser Zeit die gewohnheitsmäßige Selbstkritik, die so viel Kraft kostet, nicht weiter fortsetzen. Sie lassen sich entspannt auf das ein, was sich momentan in Ihnen abspielt. Dadurch erfüllt Sie eine Empfindung von Sanftmut. Diese Sanftmut reicht dann schon bald über die Zeit hinaus, die Sie auf dem Meditationskissen verbringen. Bei Sakyong Mifam Rinpoche heißt es, worin zeigt sich Fortschritt? Wir werden mit Körper, Rede und Geist sanfter. Indem Sie sanft und freundlich sind, bewirken Sie über den Atem eine entspanntere Praxis. Die größere Sanftheit des Körpers wird für Sie ersichtlich aus der Art und Weise, wie Sie sich durch die Welt bewegen. Wenn Sie mit anderen sprechen, ist Ihre Stimme sanfter und sie klingt angenehmer. Und auch Ihr Geist verkörpert diese Grundqualität. Die Sanftheitsqualität bezeichne ich deshalb als grundlegend, weil sie aus buddhistischer Sicht dem Menschen, der wir sind, bereits inne wohnt. Was die Vorstellung vom friedvollen Verweilen beinhaltet und was wir entdecken können, wenn wir den Geist zur Ruhe kommen lassen, darauf werde ich in Kapitel 8 eingehen. Doch im Sinne einer kleinen Vorschau möchte ich noch einmal auf die Zeit des Buddha zurückkommen. Beim Eintritt in den Erleuchtungszustand erkannte der Buddha die Dinge so, wie sie sind. Autoaggression, das konnte er sehen, ist uns aufgenötigt, ein erlerntes Verhalten, kein Bestandteil unseres naturgegebenen Zustands. Ebenso wenig sind Unwissenheit, Stolz und zahlreiche andere verderbliche Geisteszustände dem Menschen, der wir zu Innerst sind, angeboren. Erst im Lauf der Zeit greifen wir solche Dinge auf und eignen sie uns an. Die Erfahrung des Buddha besagt, im innersten Kern all dessen, was uns ausmacht, sind wir wach, von Haus aus weise, starke und, glauben Sie es oder nicht, sanfte Wesen. Auch Würde wohnt uns bereits von Natur aus inne. All das ist unser angestammtes Recht. Durch die Meditationspraxis entdecken Sie lediglich, dass Sie für sich persönlich diese Eigenschaften kultivieren und dann dementsprechend handeln können. Sollten Sie mir dies nicht glauben, geht das in Ordnung. Vertrauen Sie einfach der eigenen Erfahrung. Nach meiner Erfahrung hat sich all das als wahr erwiesen. Mit Schuldgefühlen umgehen Autoaggression kann beispielsweise in einem Phänomen zum Ausdruck kommen, das sich als buddhistisches Schuldgefühl bezeichne. Dem Gedanken, dass man mehr arbeiten oder seine Mutter häufiger anrufen sollte, ist dieses Gefühl durchaus nicht unähnlich. Ich spreche von jenem flauen Gefühl, das sich einstellt, wenn Sie sich fest vornehmen, elf Tage lang am Stück regelmäßig zu meditieren, wie ich es Ihnen im vorigen Kapitel nahegelegt habe. Doch an Tag fünf gerät Ihnen dann irgendwas in die Quere. Sie lassen die Sitzung ausfallen und fühlen sich deshalb wie der letzte Arsch. In solch einem Moment kann die Autoaggression mit einem großen Sprung aus den Büschen hervorkommen und Sie so richtig in die Pfanne hauen. Du hast erklärt, du wolltest langfristig meditieren, aber nicht einmal fünf Tage lang hast du durchgehalten. Als Gentleness Woman oder Gentleness Man können Sie es sich wirklich sparen, gegen diese spezielle Ausprägung von Autoaggression anzukämpfen. Machen Sie sich lieber den folgenden Kunstgriff zunutze. Gönnen Sie sich, wenn Ihnen derartige Schuldgefühle zu schaffen machen, einfach eine Pause. Ganz generell empfehle ich Ihnen, sich immer dann auf dieses Vorgehen zu besinnen, wenn Sie sich verkrampfen und Ihre Meditationspraxis allzu ernsthaft betreiben. Seien Sie einfach freundlicher zu sich selbst und sanfter, indem Sie auf die Mach mal halblang Methode zurückgreifen. Tipp. Die Mach mal halblang Methode Die Mach mal halblang Methode beinhaltet unter anderem, jener Wertungen abgebenden Stimme in Ihrem Kopf den Laufpass zu geben und stattdessen die Tatsache anzuerkennen, dass Sie es hier mit einer durchaus anspruchsvollen Praxis zu tun haben und Ihnen, mal vorausgesetzt, Sie haben ein lange schönes Leben vor sich, fürs Praktizieren noch viele Tage bleiben werden. Machen Sie überall in den entsprechenden Bereichen Ihres Lebens von Sanftmut Gebrauch. Sie werden feststellen, das erleichtert Ihnen die Praxis. Sie wird Ihnen mehr Freude bereiten und jene Sanftmut, in der Sie sich während der Meditation üben, wird nach und nach in Körper, Rede und Geist Eingang finden, auch wenn Sie momentan gerade nicht meditieren. Sie bekommen also bereits die Früchte Ihrer meditativen Bemühungen zu sehen. Meinen Glückwunsch! Die Früchte Ihrer meditativen Bemühungen zu sehen.